Musik Herzlich willkommen und Glück auf, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Glück auf Kompakt, Ihrem Fernsehzuschauer-Service mit Tipps und Informationen für Ihre Freizeitgestaltung in der nächsten Zeit. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Mit dieser Sendung gehen wir schon in die vierte Sommerferienwoche. Die zweite Halbzeit der Ferien bricht an. Aber auch da gibt es kein Wochenende ohne Feste und Feiern. In Vogtsdorf wird in diesem Jahr wieder der Vogel abgeschossen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Zum bereits 46. Mal wird vom 19. bis 21. Juli groß gefeiert. Los geht es am Freitag, dem 19. Juli um 19 Uhr mit einem Fackelumzug ab der alten Mühle und einer anschließenden Festeröffnung. Ab 21 Uhr legen dann die DJs HD und Marix zur Disconacht auf. Der Sonnabend 20. Juli steht im Zeichen der Familie. Um 15 Uhr beginnt der Familiennachmittag bei Kaffee und Kuchen sowie einem passenden Programm, getreu dem Motto Ein Kessel Buntes. Ab 20 Uhr wird zum Party-Tanzabend mit den Krabbits eingeladen und Show-Einlagen gibt es außerdem dazu. Und am Sonntag, dem 21. Juli, werden die Vogtsdorfer schon um 5 Uhr morgens geweckt und haben dann Zeit, sich für den 10 Uhr beginnenden Frühschoppen mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Vogtsdorf vorzubereiten. 13.07 Uhr startet der thematische Festumzug ab dem Oberdorf unter dem Titel Das magische Dorf zum Festplatz. Um 14 Uhr spielt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Pretschendorf im Festzelt. Und ab 16 Uhr wird der neue Schützenkönig ermittelt. Mit dem Schützenball ab 19 Uhr, den Kathleen und Thorsten musikalisch gestalten, klingt das 46. Vogelschießen in Vogtsdorf aus. Beachten Sie bitte die Plakettenpflicht und die Veranstaltungen mit extra Eintritt. Der Verkauf ist vor Ort noch möglich. Jetzt möchte ich nach den erfolgreich beendeten Bauarbeiten in der Baldauf-Villa Marienberg auf das nächste Terrassenkonzert am 27. Juli um 20 Uhr hinweisen. The Clericon aus Chemnitz präsentieren in beeindruckender Weise Musik und Lebenskultur Irlands. Durch die exzellente Auswahl sowohl bekannter Puppsongs als auch selten gespielter Dunes entspinnt sich ein lebendiger Irish-Volkabend, der in Verbindung mit stilistisch sicherer musikalischer Umsetzung, verblüffender Instrumentenvielfalt und witzigem, ungezwungenem Charme der Musiker eine Lebendigkeit ausstrahlt, der man sich einfach nicht entziehen kann. Aufgelockert durch geistvolle Anekdoten, kurzweilige Erklärungen über historische Hintergründe, Lebensgewohnheiten und Lebensstil zeichnen die Musiker ein nuancenreiches Bild Irlands, das einerseits für die eingefleischten Irland-Fans neue Facetten bereithält und andererseits in manchen Neuling der Szene die Liebe zu diesem Land und seiner Kultur einzupflanzen vermag. Sie erleben ein Programm zum Tanzen, Mitsingen, Zuhören und Träumen, denn all das ist möglich, erwünscht und erlaubt. Die Karten erhalten Sie zu den Öffnungszeiten in der Baldauf-Villa. Liebe Zuschauer, am 18. August ist es wieder soweit. Die erzgebirgische Liedertour erlebt eine Neuauflage. Zum 14. Mal kann wieder von einer musikalischen Station zur nächsten gewandert werden. Zwischen 10 Uhr und 17 Uhr geht es durch Klein-Tirol, zwischen Witschdorf, Dittmannsdorf und Gornau. Die 14. erzgebirgische Liedertour soll uns heute beschäftigen und bei mir ist zum einen der Bürgermeister von Gornau, Nico Wolnitzke und die Nicole Fugmann-Müller, die maßgeblich an dieser Veranstaltung beteiligt ist. Nicole, wie kann man die erzgebirgische Liedertour kurz charakterisieren? Musik, Wandern, erzgebirgische Natur erleben, toll. Die 14. Auflage gibt es dieses Jahr. Wo genau und wann? Also wir stehen hier eigentlich an der Stelle, die quasi ein zentraler Punkt ist. Hier wird am neuen Wanderparkplatz in Witschdorf eine Station sein. Wir bewegen uns also rund um Klein-Tirol, den Bereich Gornau. Und ja, das wird auf jeden Fall ein landschaftliches Highlight. Nico Wolnitzke, wie kam es denn dazu, die erzgebirgische Liedertour hier in die Region Klein-Tirol zu holen? Ich bin jetzt schon zweimal mitgelaufen in Wolkenstein und auch oben in Stützengrün. Und ich fand das Format super. Und wir haben ja auch wirklich die Landschaft bei uns. Und das habe ich schon seit zwei Jahren gedrängelt und genervt bei der Baldaufelle, ob es nicht möglich ist, die Liedertour mal nach Gornau zu holen. Welche landschaftlichen Highlights gibt es denn hier ringsherum zu nennen? Na, wie schon gesagt, Klein-Tirol. Wir sind wirklich zwar am unteren Ende des Erzgebirgskreises, aber wir haben trotzdem den Kammweg. Und landschaftlich wunderschön. Wir haben schöne Täler, schöne Berge, wunderschöne Weitsicht. Ja, alles da. Nicole, welche Musiker werden denn auf den Stationen zu finden sein? Na gut, also wir haben acht Stationen mit 16 Musikern. Das würde jetzt einen Rahmen sprengen, wenn ich alle aufzähle. Aber natürlich sind Musiker aus dem Erzgebirge und darüber hinaus bekannte Größen wie Heiner Stefani, die Ranzen, Unvollkommen, Candy John Kretschmer. Wir haben eine absolute Vielfalt. Wer mehr wissen möchte, gerne mal auf www.baldauf-villa.de vorbeischauen. Wie sieht es denn gastronomisch aus? Ja, dank der guten Unterstützung vor Ort, was auch viele Vereine mit unterstützen werden, gibt es einige Stationen, wo mit Erfrischung zu rechnen ist. Wir empfehlen natürlich grundsätzlich immer mal so eine Notbämme mit im Rucksack zu haben für unterwegs und auch vielleicht mal einen Schluck Wasser. Weil wenn es recht warm wird, ist es doch wichtig zu trinken. Welcher Aufgabenbereich wurde denn der Gemeinde Gornau auferlegt? Ja, wir sind gerade dabei, die Wanderwege so weit herzustellen, alles zu pflegen, dass wir auch die ganzen vielen Besucher hier ordnungsgemäß und ohne Zwischenfälle durchlotsen können. Wir haben geschaut, dass wir die Vereine mit ins Boot holen, dass wir die Stationen so weit ausstatten und ausrichten. Und da haben wir noch einen Punkt, den wir gerade noch am Bauen sind, der bis zum 18.8. fertig sein muss. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun, aber die 14. erzgebirgische Literatur kann kommen. Nicole, gleich nochmal, wann war sie? Ja, am 18.8. von 10 bis 17 Uhr sind alle Stationen mit Musikern besetzt. Das Ticket kostet 10 Euro. Ab 12 Jahre muss Eintritt bezahlt werden. Und ganz wichtig, Parkplätze sind vor Ort ausgeschildert. Also bitte nicht wild parken, wir werden das alles ordentlich kennzeichnen, sodass man da wirklich entspannt starten kann. Es wird auch einen kleinen Shuttle-Verkehr geben zum Großparkplatz am Kaufland. Also man kann da wirklich anreisen und sich da entspannt der Tour hingeben. Individueller Einstieg, das wäre noch ganz wichtig. Also es gibt keinen offiziellen Startpunkt, keinen offiziellen Endpunkt. Jeder kann individuell einsteigen und so viele Stationen besuchen, wie er möchte. Und der Weg ist das Ziel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was machen wir mit dem Wetter? Das wird schön. Dem ist dann nichts hinzuzufügen. Die Spatzen pfeifen es immer mehr von den Dächern. Pobershau feiert dieses Jahr wieder Bergfest. Dieses aller fünf Jahre stattfindende Spektakel lockt immer tausende Zuschauer in den Marienberge Ortsteil. Die Vorbereitungen und der Kartenvorverkauf laufen bereits auf Hochtouren. Das 14. Pobershauer Bergfest rückt immer näher. In der Woche vom 13. bis 22. September 2024 findet ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm statt, für das es jetzt schon Karten im Vorverkauf gibt. Erhältlich sind diese im Gästebüro Poberschau, in der Touristinformation im Rathaus oder online von zu Hause aus unter der Adresse www.reservix.de. Ja, der Kartenvorverkauf ist gestartet und zwar erstmal für die größeren Sachen eigentlich, die im Festzelt stattfinden, am ersten Festwochenende, für ein paar Veranstaltungen in der Pobershauer Silberscheune und auch für die Veranstaltungen in der Kirche. Ja, zum einen gibt es Informationen auf der Webseite der Stadt Marienberg, dann gibt es ja nach wie vor unseren Flyer und auch im letzten Amtsblatt in unserem Herzog sind viele Programmpunkte veröffentlicht worden. Falls Sie doch noch eine ganz andere Alternative für Ihre Freizeitgestaltung brauchen, dann könnte vielleicht ein Besuch im Kino eine gute Empfehlung sein. Auf welche Highlights Sie sich im Freiberger Kinopolis freuen können, das erfahren Sie jetzt. In der aktuellen Kinowoche steht unter anderem auf dem Spielplan Neu der Film Ich einfach unverbesserlich 4. Großtage als Superschurke scheinen gezählt. Denn auf einem Klassentreffen gerät er an Maximele Mall und Valentina, die so sehr an Grus Thron rütteln, dass dem nichts anderes übrig bleibt, als mithilfe von Anti-Verbrecherliga-Chef Silas Ramspopo ins Zeugenschutzprogramm und damit die langweilige Vorstadt unterzutauchen. Doch das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen. Immerhin ist Gru zusammen mit seiner Frau Lucy und den drei Töchtern Margo, Edith und Agnes kein zu unterschätzendes Team. Und auch der jüngstgeborene Gru Junior ist mit von der Partie. Auf den hat es Lemal schließlich abgesehen und entführt ihn. Und dann gibt es für Gru und seine Familie kein Halten mehr. Außerdem neu auf dem Spielplan To the Moon. Cole Davis arbeitet bei der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA und verfolgt ein klares Ziel. Den ersten Menschen auf den Mond bringen. Und zwar so schnell wie nur irgend möglich, da die Sowjetunion ebenfalls fieberhaft daran arbeitet, den ersten Fuß auf den Erdtrabanten zu setzen. Doch die Apollo-Mission wird von Pleiten, Pech und Pannen verfolgt. Und die Raumfahrtbehörde sinkt im Ansehen der Bevölkerung. Das soll Marketing-Expertin Kelly Jones ändern. Kurzerhand wird sie Cole Davis vor die Nase gesetzt, um dessen Arbeit und die seines Teams medienwirksam zu präsentieren, zur Not auch mit Tricksereien. Der Gipfel ist für Cole Davis jedoch erreicht, als sogar die gesamte Mondlandung einfach inszeniert werden soll, womit seine ganze harte Arbeit zunichte gemacht würde. Dabei ist ihm die selbstbewusste Kelly Jones eigentlich längst ans Herz gewachsen. Im Rahmen der Kino 5 Reihe sehen sie neu May-December. Gracie Everton-Yu und ihr Ehemann Joe bereiten sich auf den Highschool-Abschluss ihrer Zwillinge vor, die in den Sommerferien in ihr Studentenwohnheim ziehen werden. Offenbar hat sich der Skandal um das Paar gelegt, der sich vor 20 Jahren ereignete, als Gracias Affäre mit Joe die Titelseiten der Boulevardpresse beherrschte. Vor allem, weil Joe 23 Jahre jünger als sie ist. Kurz vor ihrem Abschluss kommt die berühmte und beliebte Hollywood-Schauspielerin Elizabeth Barry, um die Familie zu besuchen und einige Zeit mit ihnen zu verbringen, da ihr nächstes Projekt auf Gracies Leben basiert und sie die Vergangenheit und die Entscheidungen für ihre Rolle besser verstehen möchte. Ihre Ankunft beginnt das Paar zu erschüttern und zwingt sie dazu, sich mit den Realitäten des Lebens in einem leeren Nest und einem deutlichen Altersunterschied auseinanderzusetzen. Das komplette Programm sowie weitere Informationen zu den einzelnen Filmen finden Sie im Internet unter www.kinopolis.de.fr Gute Unterhaltung im Kinopolis Freiburg. Nun habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für Sie. Viele Zuschauer bereichern unser Programm, indem sie uns schöne Aufnahmen oder kurze Videos von ihren Ausflügen und Erlebnissen aus der Region zukommen lassen. Und das können Sie natürlich auch weiterhin gern tun, denn wir freuen uns immer auf Ihre Momente, die wir dann als Bilder des Tages oder Bilder der Woche in unseren Sendungen bzw. der Bildschirmzeitung zeigen. Senden Sie uns daher per E-Mail oder per WhatsApp Ihre Eindrücke in der höchsten Auflösung und im fernsehtauglichen Querformat an die hier eingeblendete E-Mail-Adresse bzw. WhatsApp-Telefonnummer. Und damit sind wir schon am Ende von Glück auf Kompakt für diese Woche angekommen, liebe Zuschauer. Falls Sie später eingeschaltet haben, dann ist das kein Problem. Unsere Sendung läuft mehrmals täglich hier im Programm bei Glück auf TV. Im Internet unter www.glückauf.tv finden Sie in unserer Mediathek sowohl unseren Programm Livestream als auch ausgewählte Sendungen und Beiträge rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Selbiges finden Sie auch auf unseren YouTube-Kanälen unter Glück auf TV. Und wenn auch Ihr Angebot, Ihre Veranstaltung oder Ihre Einrichtung in unserer Sendung Erwähnung finden soll, dann melden Sie sich einfach bei uns. Die Kompakt-Redaktion erreichen Sie sowohl per E-Mail unter kompakt-at-glück-auf.tv als auch per Telefon unter der Nummer 03735 266 270. Je früher Sie uns informieren, desto einfacher ist das für unsere Planung. So zwei bis drei Wochen vor dem hierzu erwähnenden Ereignis sollte alles an wichtigen Informationen spätestens in unserer Redaktion angekommen sein. Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von Glück auf Kompakt ist Dienstag, der 16. Juli 2024. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen, wünsche eine gute Zeit und sage Tschüss und Glück auf bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.